Melissa und André, ihr seid vom OTSC Forum Wien. Ich gratuliere recht herzlich zu eurem Sieg in der allgemeinen Klasse B bei der Landesmeisterschaft Wien in diesem wunderschönen Raum vom Rathaus. Wie habt ihr euch gefühlt bei dem Turnier? Wunderschön, die Saal war sehr schön und alle Leute haben uns sehr schön unterstützt. Ich fühle mich sehr gut. Die Halle ist sehr beeindruckend. Das Kassel in der Kasse ist sehr schön. Wie lange tanzt ihr schon miteinander? Wir tanzen zusammen schon seit neun Jahren, aber wir haben vorher mit anderen Partnern getanzt. Ich wünsche euch beiden noch alles Gute für die Zukunft und noch weiterhin viele Erfolge. Dankeschön.